Leute weiter geht's mit Pokémon Platina Slok Challenge To-Together mit dem Yellow Star Eichel heute mal einige Pokon haben ja da haben Leute den Pokon und mit mir natürlich du bist aber unwichtig ich bin ich bin jetzt ein Schleide oh das war oh in Schleides in Arena die Arena sie oben die Sturz so ich hieß war er hat eine Art Kolzium gefunden die nächste Arena sieht aus auch der Kampfer du da die lektig und diese gelektig scheiße und das kohann das große große einkaufszentrum und die spielhalle die spielhalle die spiel ich habe einen kurzen Punkt in der spielhalle hier gibt sachen gegen preise ab in welcher Stadt kann man noch mal Knops machen in welcher Stadt konnte noch mal Knops machen schleide ob es auch ein schleiter was sind die Trainer schon besiegt das ist ja echt hart da ich bin er ist auf der Surve nach Pokémon Center aber mein Gänger ist tot man das pisst mich voll an Lucia Randy nimmst du die Herausforderung der Arena an hui du wirst von mal zu mal stärker oder scheint das nur so was ich hier mache auch ich war einkaufen im Kaufhaus ich meine ich arbeite natürlich auch an meinen Pokédex aber aber erst in der Nacht auch wenn was rast dein Bruder so aus hier da kommt der maskierte Ranger wie ich heiße Wellenbrecher wer bricht die Wellen Wellenbrecher wie eine Flutspüle steht weg du hältst dich nicht an diesen Fleck alter der Wellenbrecher ey der ist der erinnert mich ein bisschen an was wie heißt der Killer Bee aber es ist die Welt der er denkt um welche Pokémon hat man der neue Trainer hat die er hat ihn ich glaubte es kommt alter Schnabel aber es verschwacht Schnabel die Uhr und ich habe auch nicht mehr auch Kugel gesagt der Gegner wird zu Gerät das überwunden angestellt okay er hat eben auch in der Schacht Westgap anziehen auch Stahlflügel das ist ein Stahlschatz effektiv und ja ich hab nix einfach so trotzdem was zum Verkuchen ja so etwas hat die Menschen um was schon alleine gemacht der Sprecher drücken er war ich das auch jetzt hat er sich verkackt ist er so mein Kaufhaus gehen gucken was da für Temps und Maschok 23 okay also ich würde dann empfehlen mit deinen äh Klimbremtypen da komplett durchzuraschen auch die Trainer damit am Ende da ich hab Panzermaske bekommen okay ach von vorne der von mein Charakter da ja äh im Ding halt ähm ähm Einkaufsfenso okay hä wo ist das ja ich weiß doch welche Etage auf irgendeine Etage kann man bestimmt äh also normalerweise Temps kaufen nein nee nee ich meinte wo ist die Maske ich finde nicht ja im Koffer in diesen ah das ist so ein Deko scheiße Trank Hyper Trank Top Trank Belieber äh okay ich glaube ich kann jetzt auch gleich erstmal wieder zum Pokémon Center gehen oder ja okay achten noch ein Tränen müssen noch packen ey untergeschossen ist noch etwas oh da hat er ist überall irgendwo was also kann ich gar nichts kaufen hier können wir gar nichts machen so aber hier können wir dann weiter ähm äh äh was geht bei deinem Bruder aber Alter der rißt ja voll aus was schreibt der so rum das ist ja fast wie mich hier jedes Mal jedes Mal wenn ich ne Wagi ge... äh so wir sind äh äh Krater Vieter ich will äh Schlagsch... Oh Protein! Oh eigentlich hab ich das gefunden aber ist voll teuer Protein? Ach was ist ja der Pokémon Proteinvollstoff oder was? ja mal hier voll steril und so ja Protein aber nur auf die Pokémon die auch physisch angreifen ne? ist ja schon klar oder? was nochmal? Protein nur auf die Pokémon die auch physisch angreifen ne? auf die anderen bringt das nichts ja ja Bärenkräfte, Schutzschild, Trugschlag, Bolika, Reflektor, Lichtscher, Blitz naja ja müsste glaub ich schon eine zweite Person sein ja Feuersturm, Donner, Blizzard, Zulascha, Fokusstoß, Überstrahl Feuersturm? ah es ist ja ganz übertragen naja aber ich hab kein Feuerprogramm, das geht ja nicht ja ich find ja auch nicht so gut, ich treff mal nicht so gut ich hab lieber Flammenwurf gelbes Kissen Schraub äh ich hab bestimmt diesen Münstding mit mir die Sachen was ich hier krieg eigentlich nur im zweiten Geschoss was ne? also ganz oben was ganz oben kriegt man nix mehr oder? ja ja keine Ahnung sieht sich aus wie Doktor allwissend glaubst du ich was Halle ist? ich weiß gar nicht, komm ich hier eigentlich n Pokémon von? ich hab überlegt ob man vielleicht eins kickt wenn man äh in der Spielhalle ist aber irgendwie naja ich geh jetzt nochmal Pokémon Arena machen wenn ich wisse wo die ist unten links und wie komm ich da hin? das ist der Killer Bee du musst unten rechts und dann kannst du noch unten links äh äh ja die fangen mit äh mit Titel, Maschok, ach doch Macholo und Maschok so das sind die Pokémon die du am Anfang triffst das ist ohhhh was für Killer Bee altes ist das ist das ist so ein Peck in Menschenform ne der rappt wie Killer Bee ach so das stimmt hallo ihr zwei hübschen ihr wollt Arena raus von das mal sagen puh das ist nicht der Arena Leiter hiervon oh ja das ist der Arena der keine Ahnung schlapp sechs und siebten Orden auf jeden Fall der ist Wassertrainer und du empfällst mir jetzt einfach äh mit Plimplim Solo ja damit der stark weil ich glaub die letzte also der Arena Leiter hat hier ein Lucario und Lucario und Lucario's Extrem da wäre eben gut wenn du dann mit Blubstrahl weg ownst halt ich hab gar kein E-Tmo Flugattacken verstärken ich auch nicht äh wie komm ich da weiter hä du musst den Boxsack da verschieben nach rechts ach so das ist das nicht in weiter und das ist ähm bei Schwäbig-Quell glaube ich Schwäbig-Quell-Quell-Quell-Quell-Quell-Quell-Quell-Quell-Quell jetzt sein lassen das nehmen das nehmen muss ich trennen den Wochen was muss zu machen äh kämpfen musst du nicht aber wer hat sinnvoll oder ja gute Erfahrung ja aus welcher Zwecke dann Pech ja ja Maschock okay das kommt Blubstrahl oder nee ja ja noch schreie bam 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 oh mein Gott hm 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 nicht hier hin. Haben wir hier noch einen Trainer? Hey, hier sind so viele Trainers! Scaraborn, oh mein Gott. Scaraborn ist hart. Aber mit Bedrohung habe ich mal Schwächer gemacht. Aero Ass und Down. Ich liebe vierfach Schwächer. Oh ja. So, das muss hier hin und damit können wir das jetzt hier hin machen. Ich geh mir den da oben dann weg. Ich geh mir den letzten da weg, ne. So, damit geh mir jetzt... Ach, ich muss noch... Warte, ich muss schon nicht lang. Ach, ich muss noch... Warte, ich muss noch nicht lang. Ach, ich muss noch... Wir haben noch nicht lang. Einenartiges Rätseln, so. Kann ja dann eigentlich nur von hier sein. Doch, ja, klar. hier noch ein Level da entwickelt sich mein Plimpirren ohne Scheiß ein Level ja ich muss die ganze Zeit nur mit ihm zumal ich habe keine andere Pokémons ach so ja ok ist ja dann klar dass es dann sobald ist ok stimmt da hast du recht so toll er blockiert jetzt meinen Weg das ist nicht gut Wasserstein habe ich irgendwas um Feuertacken zu verstärken ja ok ich könnte eigentlich mit Charnera antreten aber die bringt mir sowieso nix Charnera genau die ist normal One-Hit-Tot ja genau und Igno-Nito hat nur Kraftreserve das bringt mir auch nix was ist das denn deine drei Pokémon jetzt? ja und Togebi und Anton wow Alter das ist ja das ist ja Premium Team oh übel man Hilda mal gucken was Hilda hat Hilda hat als erstes Medite Level 28 was stimmt denn nicht mit dir? ah komm Pussy Taktik Doppelteam Felsgrab Felsgrab oh mein Gott holy shit alter Felsgrab nein super trank nein ey treff nicht treff nicht treff nicht treff nicht treff nicht treff nicht Felsgrab trifft aber glaube ich immer ja macht mir Schlamm so mal geil das ist jetzt schon mal extrem scheiße hmmm ja mein Plimprim ist boi fuck 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 okay komm Flammrad Felsgrab ja Felsgrab alter Nerv irgendeiner mit dieser dämischen Attacke oh mein Gott Konfusion nein 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 oh hä wie komm ich jetzt? passiert was wenn ich da in so ein Loch trete? äh da kannst du nicht durchgehen ja wie komm ich jetzt weiter? oh jetzt kommt direkt Lucario äh ich weiß nicht wie ich jetzt weiter kommen soll ja rechts lang und da die Boxsäcke weiter verschieben oh ok komm versuchen wir es Metallklaue ok ja mach doch einfach noch mehr Schaden du verficktes Lucario oh ne scheiße hm hm ah ok komm wir bringen Meryl Meryl ja in Ernst ja ich musste irgendwas überleben oh es überlebt es wird sogar noch ne Attacke überleben geil ok wen heilen wir wen heilen wir wir heilen natürlich erstmal Rio ähm verwirrt verwirrt und es verletzt sich selbst geil ich kann noch ein Punkt ohne heilen nice Scaraborn ähm eine Flugattacke und es ist tot echt? ja es ist vierfach Schwäche oh echt das? ja es ist Käfer und ja ok ähm drei Viertel habe ich abgezogen lol was ist eine billige Kampfattacke hast du da? äh Flugattacke ja Schnabel die bringt das Überschmach oh Kraftwelle oh mein Gott ich hab 1200 EP gewonnen oh mein Gott oh mein Gott mein armes Meryl ist leider tot aber alle meine Punkten sind topfit äh eigentlich und das freut mich Ableitieb oooooh Ableitieb so ne ja mach einfach noch mehr Schaden nein mach Ableitieb sauber ist trifft nicht haha ähm hä wie kriegt das Anhell kaputt? was gibt's nicht? ah brauche ich gar nicht ok lukario lukario alter ich sag's dir das lukario ist extrem heavy äh ist level 32 ja warte mal ich komm hier irgendwie gar nicht klar hä wie soll ich denn das aktivieren? ja von links oder rechts keine Ahnung also ich hab's ich hab's hinbekommen hee das war jetzt nicht die große Kunst äh ah ok jetzt hat's hier so warm also lukario ist 32 nur und rastet richtig aus ich glaub guck dass dein Pokémon noch vorentwickelt ist äh damit es noch krassere Wert hat vor... äh geht's schnell warum? ja wann kommt lukario am Anfang oder am Ende? ja bei mir hat sie es als zweites eingesetzt ja ok gut dann wird schon nix schief ey nein nein mein Starry ist tot oh das auch scheiße ja ich hab ver... verpeilt weißt das war grad schneller der hat felsgrabbe eingesetzt ich hab mir so ok ich bin schneller aber der hat meine Geschwindigkeit gesunken dann war der schneller hm und geil jetzt wär... ach komm oh jetzt wird sich wechseln Pokémon ein was mir gar nichts bringt und Rico ist 36 aber entwickelt er ihn leider nicht im Kampf weiter und lukario kommt das zweite oh leck mich doch am Arsch ach du bist schon im Kampf? oh ok das... Blubstra... nein Ableitip fuck Blubstrahl komm 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 Lacke Kraftwelle oh mein Gott komm 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 geh down ja Lucario's down lol so wenig Schaden boah Pokémon wechsel aber sofort Tempo ich... soll ich... soll ich schon näher reinbringen? oh nein alter ist ein... kannst du den Kampfbogen ah fuck ist die Dude ja Anton los komm ah Hilda besiegt alter und hab zwei Pokémon vor echt welche? ja Meryl was ich sowieso opfern wollte und... ja mein Stellarrevier ey das ist hart ah ja ah hol Togipins Team jetzt ich hab das Vieh eben erst rumort beigebracht ey alle meine Puck und den ich grad ne Attacke beibringen weil es die sterben ey ich hab grad mein Togipi geopfert Tm 70 es ist mal Schock eher... ähm... also geht es eher dauernd wenn ich spezial mache oder physisch? ich glaub spezial okay bumm ah naja wir haben hier so viele Verluste schon und das ist abnormal ey so viele... das klapp ich nicht mal in schwarz na auftre mega libertífic du auch, ich auch... oh nein ich bin rausgegangen und die labert mich jetzt voll ja warte ird plimm 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 hey plimm plimm entwickelt sich Privim rp Foreigngate purどう was dass dieser Prozent was gut in 30 was war das ist das können und das ist ein er hat in 30 Jahren der Wasserlösung das geht schlade tauschen städte ist eine Entscheidung er zerstört geht er nicht oder mit der Stelle gibt das ist scheiße ja aber mach mal hin, wir müssen den Pfad wenden ja komm, Schnabel weg einfach den Meer und Stall ja, wie er ist gestorben okay, du musst jetzt noch ablegen okay, bist du dann soweit fertig warte, warte schnell vergessen und was hast du es erlernt? und das verlernt so, zu yeah, Yellow hat wer, morgen, geworden bla bla bla, fliegen außerhalb jetzt wird's fliegen außerhalb einsetzen schön eh, ich hab fliegen bekommen nein, hast du nicht bekommen, du kannst es außerhalb benutzen ja, okay, äh, ich geh noch nicht raus, ich geh erstmal vor dem Eingang nee, draußen labert die Schirm und von nee, ich geh Eingang, also bevor ich rauskomme hä, wie komm ich hier raus? ja, egal, er füber rechts den Boxsack verschieben okay, 28, 28, ey, meine Puken sind so schwach, ey ich glaub, wir strömt, ja, ok ey, wie nach rechts was war das denn? egal, ey, wir sind jetzt bei 20 Minuten fast können wir langsam mal beenden, Digga ja, warte, 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 warte ey, die wegnest du auf, Leute, ne? glaub dir ja nicht Pokémon bewegen was haben wir denn hier drin hier haben wir eigentlich gar nichts drin so, okay, Toktipi bewegen ins Team so, absetzen, ja ja, okay, wir können beenden gut, Leute, bei 20 Minuten können wir jetzt endlich auch beenden, weil der Helle so alt ist also bis zum nächsten Mal und ciao und tschüss